Verehrte Zuschauer, liebe Elliot Waver, willkommen zu einer neuen Analyse, diesmal im Bitcoin, einer Wochenanalyse nach Elliot Wave. Mein Name ist Frank Schuh von Elliot Waver Live. Ich habe den Bitcoin vom ersten Tag an durch analysiert und dabei gesehen, dass wir nun hier oben auf dem Gipfel eine Welle 1 im Primary Count ausgebildet haben. Und das ist ein sehr großer Count und der wird natürlich in der Zukunft für stark steigende Kurse sorgen. Allerdings liegen die noch ziemlich weit in der Zukunft. Sie sehen hier den Verlauf, wenn ich darüber gehe, hier dieses Rechteck in der Mitte. Das wäre sozusagen der perfekte Zielbereich für die Welle 2 gewesen. Irgendwo im Bereich zwischen 50% und über 61,8%. Aber die Welle 2, die ich hier unten mit einem Fragezeichen versehen habe, hat tatsächlich 78% gemacht. Also fast punktgenau die 78,6. Die bleibt noch mit einem Fragezeichen versehen, denn es könnte ja nochmal ein Rücklauf kommen und dann würde die noch einen weiteren Rücklauf haben und zwar so bis in den Bereich, ja, bis über 90% zum Beispiel. Ich habe gerade bemerkt, dass mein Mikrofon etwas übersteuert und habe jetzt die Lautstärke etwas runtergedreht. Sie dürften jetzt eine Veränderung in der Lautstärke feststellen. Bitte verzeihen Sie. Als nächstes schauen wir uns jetzt an, wie es weitergeht. Jetzt sind wir im 4-Stunden-Start und hier unten ist unsere Welle 2, die ich Ihnen gerade erläutert habe. Und nun haben wir hier oben diese Welle 1 ausgebildet. Und Sie sehen, dass von der Welle 1 ausgehend nach unten die Welle 2 sich ausgebildet hat. Und dort, wo Sie dieses grünfarbene Rechteck finden, wäre auch der ideale Bereich gewesen für die Welle 2. Allerdings hat die Welle 2 tatsächlich gemacht 93%. Hier lauft wir natürlich schon Gefahr, dass die nochmal angelaufen wird und dass dann diese zählweise kaputt geht, wenn sie 100% erreicht. Deswegen habe ich hier diese weiße Linie eingebaut. Das ist unsere Make-or-Break-Linie. Und wenn die überschritten wird hier, dann ist höchste Eisenbahn, den Markt zu verlassen. Denn dann könnten wir stark feine Kurse sehen, besonders dann, wenn wir auch diesen noch hier unterbieten sollten. Deswegen lasse ich die Fragezeichen noch so lange an beiden Zweierwellen dran, bis sich hier ein 5er-Zyklus entwickelt hat. Unter der Voraussetzung, dass die Welle 2 bei 18.161 Punkten hält, folgen steigende Kurse, wie Sie oben in dem grünen Rechteck sehen, bis in den Bereich von 28.134 bis 29.890, was die ideale Ausdehnung für die Welle 3 wäre. Sie darf mehr, sie darf weniger. Das ist nur der Idealbereich mit der größten Wahrscheinlichkeit. So viel zum Bitcoin für heute. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Frank Schuh von Elliot Wilfer Live.